Willkommen zu From Zero to Hero, The Electric Van Challenge. Zwei Teams, armiert mit Skill, Intelligenz und der energieeffiziente E-Sprinter, gehen hinweg. Mit vereinten Kräften überholen wir die anderen. Heute gewinnen wir auch ein. Und dem E-Sprinter keiner den Stecker zieht. Wir haben eine gewisse Herausforderung, wo die Kreativität und Team-Spirit sind wichtig. Wer wird den Titel verimpressen und wählen? Bleibt sich in die spannende Reise der Freude von From Zero to Hero. Die erste Herausforderung von From Zero to Hero ist, manöver den E-Sprinter in festen Stärken. Wir machen das, auf geht's. Hunde zum E-Sprinter. Die ganze Tatsache der Boundary, die 5-second-Penalty enthält, die in der Zeit kostet. Noch noch noch. Fahr zu mir. Schau da hinten. Du musst hinten gucken. Stopp. Vorwärts. Volldrehung, Volldrehung. Weiter, 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 stopp. Vollumdrehung. Weiter, weiter. Komm mal hier vorne, komm mal hier vorne. Stopp, du musst dich zu mir. Stopp. Stopp Dani, auf die Seite. Stopp. Rückwärts. Stopp. Nochmal. Volldrehung. Okay, weiter so. Ein Meter, fahr weiter, stopp, 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 stopp. In rechte Ecke, fahr vorwärts. Das war knapp. Das war knapp. Super. Rückwärts, gerade machen Auto. Stopp. Aussteigen. Super. Ich habe ein bisschen langsamer gemacht und habe mir auf Technik gearbeitet, dass ich die Bullen nicht anfahre. Keine Minuspunkte? Nein, eine Mal, ja. Team Red completed the challenge in 6 minutes and 31 seconds. Auf geht's. Auf geht's. Weißt du, was Gaspedal ist? Ha, ha, ha. Steibe runter. Stopp. Komplett rechts einlenker. Steibe angreifen. Komm, 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 komm. Hier. Hier. Weiter. Stopp. Kansch. Stopp. Stopp. Das war einmal gerührt. Vor. Schlag ein bisschen nach links. Bisschen nach links. Haschplatz. Haschplatz. Stopp. 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 Ja. Nein. Hierher. Jetzt rechts einlenker. Rechts, rechts und her. Weiter. Stopp. Jetzt ganz links. Steck, ich panne nicht an. Stopp. Stopp. Vorwärts. Fahr nochmal. Fahr. Du musst gucken, Jacques. Stopp. Leicht stopp. Leicht. Leicht links. Vorwärts. Leicht links und dann rückwärts. Links, links, links. Links einschlage. Stopp, stopp, stopp. Jetzt ein bisschen grad mehr im Lenkrad. Vorwärts. Rückwärts. Noch ein bisschen. Weiter. Stopp. Stopp. Jetzt rechts einlenker. Rechts. Vorwärts. Weiter. Stopp. Team Blue seems to be stuck. Nein, wir haben uns voll vor Fahrer. Das ist voll vor Fahrer. Stopp. Fahr wieder nach vorne. Und jetzt rechts in die Ecke. Stopp, stopp, stopp. Jetzt zurück. Das wird nix. Stopp. Das wird nix. Stopp, 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 stopp. Das wird nix. Ja, das wird nix. Lass mich mal machen. Ja, fahr du nach mit mir. Stopp. Schatz, guck. Stopp, 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 stopp. Kann ich einlenken? Ja, passt. Passt. Stopp, 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 stopp. Schatz, red doch mit mir. Was red? Ich sitz nicht drin. Ja, das ist das Problem. Stopp, 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 stopp. Ich seh nur Rückwärtskamera. Ich hab keine Ahnung. Mega. Stopp, 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 stopp. Stopp. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Stopp, stopp, stopp. Jetzt ein bisschen nach rechts. Und stopp, stopp, stopp. Links. Stopp, stopp. Wo fährst du hin? Nach links einlenken. Links. Ja. Und dann rein in das Feld. Vorwärts. Und jetzt Stopp. Und jetzt Reden gerade und zurück. Zurück. Die Reden gerade. Wo fährst du hin? Hallo. In den Ring rein, Schatz. Stopp, jetzt. Stopp. Auto aus. Team Blue completed the challenge in 6 minutes and 20 seconds, but received four penalty points. Their total time is now 6 minutes 40 seconds. Is this enough to secure victory? War doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Der Herr hier muss öfters stopp schreien. Problem war ein bisschen die Länge bei der Challenge. Wenn hier und da ein bisschen angedockt. Ja, ich war jetzt nicht der beste Anleiter, aber sie hat das Beste daraus gemacht. Sie fährt ja nicht das erste Mal Sprinter. Team Red wins the first challenge and goes into the lead. 1 2 2 2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017